hallo und herzlich willkommen zurück hier am 24 dezember 2023 ja zu einer weiteren ausgabe hier in der milliarden challenge von der nordfriesische marsch am heutigen heiligen abend oder vierten advent wie ihr das auch sehen wollt ist beides korrekt richtig und auch wichtig so schafe schafe futter scharfstelle schicken wir mal dahin kann ja schon mal dahin fahren ist immer noch hier fleisch am steinchen sagen wir mal ach du heiligerschnecht da ist immer noch nicht hier auseinander solltest aber langsam mal hier weiter gehen so mit dem haben wir jetzt hier eben die bodenproben gemacht in der letzten folge mal gucken ob wir noch einen anhänger haben also noch wirklich einkaufen das wäre ich da haben wir oder wir machen eben ein leer war eine schlechte ein leer machen ich glaube der der steht ist ein pick up genau pick 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 aber da steht noch eine hohe und glück ja da kommen wir wir versuchen das mal hier am heizkraftwerk steht da noch einer an der heizkraftwerk steht da noch einer und dann wir haben ja zwei heizkraftwerke und eine zeltstofffabrik also von daher sollten wir die hackschnitzel eigentlich da los werden ja bei mir ist heute übrigens der zweite advent also relativ zeitnah wo ich das hier aufnehmen warte jetzt hier oder hinten ne moment hier ist ja das klärwerk ja sehr peinlich auch schöne bäumchen bäumchen und bäumchen und die eigentlich schon fertig ich glaube das geht ein bisschen in die hose wenn ich da zurückgefahren wäre da ging ein dickes rohr da gefahren mhm dann wollen wir abgehen mal gucken wie viel da rein geht das sieht ja so aus das wird jedoch eine ganze reinge reingehen sehr schön in die gelegenheit gegeben eben schon zu trinken aber eben schon zum nächsten die bringen uns übrigens geld das muss man ja auch dazu sagen das was ja hierbei rauskommt wird ja direkt verkauft der strom wenn ich das richtig im kopf habe hier fehlt ja nicht viel hier fehlt ja nicht viel immer schnell hier noch ums eckchen fahre ja um das eckchen ja das muss man langsam mal wieder beim sägewerk abholen dadurch dass wir da keine sparenplatten mehr produzieren lassen jetzt mal speziell darauf gesehen so sägewerk hier Hackschnitze müssen langsam abgeholt werden. Der Paletten ist auch bald wieder voll. Kann man da abholen. Holz müsste mal hingebracht werden. Dann stellen wir den mal hier. Ah, hier, ne? Genau, 29, 32 und er soll das ganze Kladera-Darge abladen. So, Kartoffelfabrik, die Kartoffeln. Ah, der ist angekommen. Sehr schön. Ach, hier müssen wir aber Miste abholen. Ja, hallo, Julia. E-Mil-Mil-Miste, es rappelt hier doch gewaltig in der Kiste, Alter. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo kann ich die Tierchen hier abholen? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Nein, die ist wieder am Segen. Mhh, da wird wieder die Milch so. Ich hab bloß den Kühlschrank ab. Ich hab vorher das Video gehört. Äh, hallo, fährst du jetzt mal wieder vorwärts, danke. So, guck mal, ach, wir kriegen die Tiermenüchen auf. Guck mal, weiblich, ein Bender, ja, Anzahl 16, 20 Monate alt. Ja, ist doch Jod, oder? Nehmen wir die doch hier. Wir haben auch nochmal 20. Ja, das ist 6 Monate. Das war auch nicht. Mhh, 1 Monat, 0 Monate, 20 Monate. Ach, guck mal, hier, Schafsbock, Männlich, 6 Monate, äh, 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 okay, junger Schafsbock. Wir nehmen die jetzt einfach mal hier und so, so. Ach, 16 Stück können wir davon nur laden. Ach, aber ein bisschen wenig, oder? Ist jetzt voll, oder was? Die Tiere wurden in den Anhänger eingeladen, das ist ja schon mal schick. Das war jetzt alles, oder was? Mehr gehen jetzt hier nicht rein, oder was? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Da muss noch mehr rein gehen. Hä? Okay, auswählen. So. Ja, ich kann den Anhänger einladen. So, hier haben wir noch welche, okay. So. Jetzt ist er voll. Ah, sehr schön. Also, hier sehen wir noch mal, man언end. Wventual. auf geht's auf jetzt mit den netten tierchen jetzt im schlachter ob der schlachter die nimmt oder ob er sagt ne die sind so alt, so jung, keine ahnung, irgendetwas hätte er ja mal lassen wir mal gucken, habe ich da unten irgendwo einen punkt, einen autodrive punkt blockiert, ach hier muss schon noch, hier scheint er auffällig zu sein okay hast du schon was schick, hä hießt du hier auch nix, warum seht ihr, naja egal, ein bisschen verwirrt heute kollege, hä war hier nicht auch noch ein kollege, so ich wollte hier gucken, schlachter, wo haben wir es hier, ach hier, guck mal da, feld 20, ja dann schicken wir da mal zu feld 20, können wir ja schon mal fahren, der ist noch hier am steinschlüssel, der ist noch hier am gauke, hier muss noch mal eben kurz diese machen, danke, ach die setzlinge hättet ihr seht hoch weg, das ist aber interessant, das ist immer sehr interessant, ich habe nicht geguckt, kann man eigentlich diesen monat hier irgendwann verkaufen die guckt und september wasser können september verkauf ist interessant september leder brauner alles klar achte ich so noch deshalb hat er ein problem ist er noch silage das ist ja ungünstig dann muss man den auch mal hier weg tun bevor hier gleich noch ein problem hätte jetzt fahren sie um ja 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 halibumm halibaba ja auch ein Foto von Serge so ich will schon mal nicht mehr zu machen genau hier wollten wir einen neuen Kurs machen damit er hier da oben ist er beendet oh Gott so viel action hier hat besser als gar nichts hier zu tun am heiligen abend ne damit die Zeit ein bisschen rum geht ein bisschen action hier auf dem Marsch sehen wir gut so ein bisschen action hier an so ich will jetzt schnell droppen so zwei Folienwände wunderbar lange Kante Feldgrenze kann ich ein bisschen größer machen so Platz Feld 54 wo haben wir denn ach wir müssen das nicht mehr aktivieren und das ist immer neu so F44 weil früher war das immer so dass man noch erst aktivieren musste das finde ich irgendwie etwas irritiert jetzt mit der neuen Version hier der ist halt hier 4 7 4 0 1 mittlerweile gibt er so hoffentlich ist ein grober den ich jetzt habe ich glaube der muss auch nur gegrubbert werden ne muss nicht geflücht werden oder nein Gott sei Dank nicht das ist immer witzig aus hat der Kollege hier ein Problem kein Problem er fährt da drüber jawoll er hat ein Problem okay kein 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 großes Problem kein Problem kein Problem kein Problem ist ja gleich fertig wow 50.000 Liter Steintunier ist immer geil das ist immer geil ach der ist auch fertig ja super kann man den Kollegen ja direkt der Römer schicken auf und andere fällt nähe andere Richtungen vorwärts und rückwärts ja so wir können wir ja auch noch mal ein paar und da haben wir noch ein paar um es ist ja auch ein paar und es ist ja auch ein paar mit dem 66 ich habe schon eine gesammelt, ja habe ich schon jetzt. okay steht hier. so moment, arbeit beendet, das ist schon mal gut, dann können wir den auf feld 44 schicken. ich wollte hier gucken, ach der hat die arbeit beendet, sehr schön. so, feld 75. was ist denn jetzt da wieder, das ist aber sehr ungünstig hier der baum, also das muss ich mal sagen. also nicht den, ich muss jetzt mal hier, ah geht doch, soll den baum nochmal verschwindig kurz machen, alles gut. so, der ist aktiv. ist auch aktiv. wunderbar. so, das heißt, ach die folge ist schon wieder vorbei, mein gott, das geht immer so schnell. ja, ich wünsche euch einen schönen, 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 heiligen Abend. wir sehen uns mit dem Volt in zwei Stunden wieder, bis dahin macht's gut, euer Andy und bye-bye.